Die Fahrer sind bereit, zeitmäßig auch, der Spieker vor Ort ist auch bereit, sehe ich, und wir sind's auch. So ist es gestartet, mit höchstem Tempo rasen die Fahrer auf diesen ersten Medenberghof. Ich habe Reto Indegant gesehen, der gleich richtig aufs Tempo drückt mit seiner Startnummer 8. Rechtsaußen ist er nach vorn gezogen, Reto Indegant, der Urner, der auch seit Jahren dabei ist.